Wer den Begriff verfluchte Objekte hört, muss dabei bestimmt an ein antikes Artefakt oder an eine Voodoo-Puppe denken. Diese Dinge sind altklassische Gegenstände, denen man damals auf typische Weise irgendwelche teuflischen Flüche nachsprach. Hierbei erzählte man sich, dass nur durch eine bloße Berührung oder durch das Freisetzen des jeweiligen verfluchten Objektes der bestimmte Fluch entfesselt werden und gleichzeitig seine bösartige Macht losgelassen werden könnte. Heutzutage weiß man aber auch, dass solch verfluchte Objekte im Grunde alles sein können, wie zum Beispiel eine kleine Puppe, ein einfacher Kelch oder sogar ein Gemälde. Im Grunde genommen alles einfache Alltagsgegenstände, die nur bei bloßer Berührung oder bloßer Betrachtung einen ganz bestimmten üblen Fluch auf ihre Opfer loslassen würden. Hierbei ist es aber auch eine Frage des Glaubens, ob es sich beim bestimmten Fluch tatsächlich um eine reale, nachweisbare Böse macht oder einfach nur um ein reines Hirngespinst handelt. Über solch ein verfluchtes Objekt möchte ich hier heute in meinem Video sprechen. Und zwar handelt es sich hierbei um ein Objekt, was gleichzeitig zu einer Legende wurde, da man sich nicht hundertprozentig sicher ist, ob es diesen bestimmten Gegenstand tatsächlich gegeben hat, obwohl von vielen Leuten die Existenz des jeweiligen Objekts bestätigt wurde. Ich spreche hier von Napoleons verfluchtem Stuhl. Es heißt, Napoleon habe den Abend des 17. Juni 1815 in einem kleinen alten Bauernhaus nahe dem belgischen Ort Waterloo verbracht. Dort entwarf und überdachte er seine Schlachtpläne für den kommenden Tag, der weltbekannten Waterloo-Schlacht. Um dem großen Herrscher gerecht zu werden, hatte man ihm nicht einfach einen einfachen, gewöhnlichen Stuhl angeboten, sondern einen prächtigen, feingestalteten und vornehmen Kapuzenstuhl. Ein Stuhl, der eine hohe Rückenlehne hatte, die von zwei schmalen Seitenwänden gesäumt war und über eine Art schmales Dach verfügte. Auf diese Weise war der auf dem Stuhl sitzende vor kalter Zugluft geschützt. Napoleon dachte also in solch einem Kapuzenstuhl sitzend über die kommende Schlacht von Waterloo nach. Der Ausgang dieser Schlacht dürfte wohl jeden geschichtsbewussten bekannt sein, welches zu einer der blutigsten und grausamsten geschichtlichen Ereignisse in der Menschheitsgeschichte wurde. Der 18. Juni 1815 sollte zum Tag der größten Niederlage Napoleons werden. Von diesem Schlag erholte sich der Feldherr nie. Der Ausgang der Schlacht von Waterloo läutete dann auch später Napoleons Untergang ein. Seit dieser schweren Niederlage galt der Stuhl, worin Napoleon mal einst seine Schlachtenpläne geschmiedet hatte, daraufhin als verflucht. Im Laufe der Zeit entstanden dazu immer mehr Gerüchte, die sich um dieses harmlos wirkende Möbelstück ranken, wovon viele allerdings nicht sonderbar bekannt sind. Zum Stuhl bzw. zum Fluch wurde immer wieder gesagt, so heißt es zumindest, dass jede Person, die in diesem Kapuzenstuhl Platz nehmen würde, später eines unnatürlichen Todes sterben würde. Es wird gesagt, dass im Laufe der Zeit der Kapuzenstuhl oft die Besitzer wechselte, von denen viele, so spricht zumindest die Legende, grausam ums Leben kamen. Der letzte bekannte Besitzer des Kapuzenstuhls soll der britische Stahlmagnat und begeisterte Antiquitäten-Sammler George Talbot gewesen sein, über den es, laut meiner Recherchen zufolge, jedoch kein Bildmaterial oder Sonstiges zu finden gibt. Auch er soll der Versuchung nicht widerstanden haben, auf dem historischen Stuhl Platz zu nehmen, was dann später zu einem verhängnisvollen Fehler für den Sammler wurde. Als ein Hausmädchen der Talbots sich aus reiner Neugier ebenfalls in den Stuhl setzte, kam diese einige Tage später durch einen Autounfall ums Leben. Durch dieses Unglück wurde Talbot hellhörig und fand dann auch durch seine eigenen Recherchen zum Stuhl aus über den legendären Fluch des Stuhls heraus. Durch diese Entdeckung soll sich dann später im Laufe der Zeit das Leben von George Talbot zum Schlimmsten geändert haben. Seine geschäftlichen Beziehungen und seine beruflichen Erfolge sollen sich verschlechtert haben, so dass er jede Menge Verluste einstecken musste und finanziell nur noch auf Messers Schneide stand. Diesem gesamten Unglück soll dann Talbot dem legendären Stuhl des Napoleons gegeben haben. Seit dieser Zeit fasste Talbot einen Entschluss, den Stuhl für niemanden mehr zugänglich zu machen. In der folgenden Nacht wollte dann George Talbot mithilfe einer Axt den Stuhl zerstören. Was genau in dieser Nacht passierte, ist ungewiss. Fakt ist nur, dass man am nächsten Morgen George Talbot tot vor dem Stuhl liegen vorgefunden hatte. Laut Quellen zufolge soll er an einem Herzinfarkt gestorben sein. Der Stuhl wurde unversehrt vorgefunden. Über den Verbleib von Napoleons Stuhl rankten sich im Laufe der Zeit immer weitere Gerüchte. Angeblich soll er sich gut verwahrt irgendwo in Paris befinden. Andere Theorien wiederum besagen jedoch, dass er zerstört wurde. Was aber den Tatsachen entspricht, wird wohl nie ganz geklärt werden können. Auch die Sendung X-Faktor das Unfassbare hatte sich mal einst mit diesem Thema beschäftigt. Zum Verbleib des legendären Stuhls konnte hierbei allerdings ebenfalls nichts gesagt werden. Hat es diesen unheimlichen Stuhl je gegeben? Oder ist es nur eine Geschichte, die einem Gänsehaut machen soll? Vorerst wird dies ein ungelöstes Rätsel bleiben. Was auch gleichzeitig zu einer Legende wurde. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020